Wie ich in die Schule bin gekommen, ich war eine dufte Lautkansche, wollte ich mein Lehrer stimmen zum Fensterstock, genauer sein. Die Schule bin ich auch bezogen, meine Freundin an die Ahr, bin ich auch durchgeflogen, im Rafa war ich auch. Wie ich in den 17 Jahren die Volksschule absolviert, habe ich voll stolz, meine Breite, die ganze Maßbrücke immer gefühlt. Ich bin die Kapte von Oberkirche, die Stimme mit einer Hand, ein Zehntnerwürzchen, was mir in die Finger kommt, ja, das wird geschehen. Und wer sich glaubt, wie die Stimme aus dem Mund? Ja, Katharina, also es tut mir wirklich leid, aber so kriegen wir dich nie unter die Haube. Also wenn ich nichts, denn das erzählst, was ist denn das mit den Männern? Sag's euch gleich, das war mir ein euler Knacke, zu nahe treten Bullen, den brauch ich gar nicht die Waffe, den pust ich über den Stuhl. Ich fühl's grad bei der Nase, die Männer überein, ich geb die ganze Blase, frei hättig aus dem Stand. Sollten wir jener kommen und ich die Titel zerrn, der soll ich sie auch nicht stemmen, sonst ich schwarz über ihm. Ich will sie nicht haben, die von allen ihr sind, die Stimme mit einer Hand, ein Zehntnerwürzchen, was mir in die Finger kommt, ja, das ist gestemmt. Und wer sich glaubt, wie die Stimme aus dem Hemd. an. Vielen Dank.